Auf eine Tasse Kaffee mit Jan Schmiedl. Dein Podcast mit alltagstauglichen Tipps und Impulsen für dein persönliches Wachstum. Du wächst an komplexen Dingen, wenn du sie einfach machst. Moin aus Hamburg, mein Name ist Jan Schmiedl und heute trinke ich zusammen mit Norm Glaser, einem wunderbaren Menschen, eine Tasse Kaffee, in dem ich ihn interviewe. Moin Norm. Morgen, ich wollte gerade einen Schluck trinken. Moin Jan. Mein Kaffee ist schon kalt, weil ich bin jetzt auch schon wieder seit 5 Uhr auf dem Bein und habe auch schon mein erstes Podcast-Interview heute gemacht. Krass, ne? Ja, ich bin eine Stunde später aufgestanden heute. Ja, Norm, ich habe tatsächlich probiert, im Vorlauf dieses Interviews über dich ein bisschen was rauszufinden und habe mal geschaut, gibt es irgendwo eine Vita im Netz und ich bin tatsächlich auf keine gestoßen. Ich bin auf einen Wikipedia-Eintrag gestoßen und habe gedacht, wow, der Mann hat einen Wikipedia-Eintrag. Das bin ich. Das ist Norm Matt Glaser, ne? Und ja, deswegen würde ich einfach mal bitten, unseren oder meinen Zuhörern zu sagen, wer bist denn du überhaupt? Ja, ich bin erst mal ein Mensch, der sehr gerne schwarze Klamotten trägt und auch dieses Schwarz lebt. Das heißt, die Dinge, die mich umgeben, versuche ich irgendwie schwarz zu halten, weil ich so mein eigenes Experiment bin. Ich beschäftige mich beruflich sehr stark mit dem Thema Marke, also nicht nur mit der Marke, die wir vielleicht so im Supermarktregal kennen, mit Produktmarken, sondern vor allem auch mit Menschen als Marken. Und was mir an Schwarz so gut gefällt, ist im Grunde die Reduktion. Also ich reduziere um mich herum, um meine Dinge, die ich kreiere, die ich erschaffe, reduziere ich alles so weit auf Schwarz, sodass die leuchten können. Und mein Herz so, oder ich sage es mal so, es sind zwei Hälften in mir, die mich so bewegen durch mein berufliches Leben auch oder auch durch meine Projekte. Das ist einmal so ein ganz klassisches betriebswirtschaftliches Herz und das andere ist ein Herz des Kommunikationsdesigners, dass ich im Grunde Kreativität brauche, um mich zu entfalten. Aber ich brauche natürlich am Ende auch die Zahlen, die das belegen und quasi den Erfolg widerspiegeln, der sich nicht immer in Zahlen ausdrücken muss. Aber gerade wenn ich als Berater, als Strategieexperte Unternehmen berate zum Thema Marke und Digitalisierung, dann ist das natürlich dann am Ende der Nachweis. Wir haben ein Unternehmen, vielleicht die drei Sätze noch mit Sitz in Würzburg. Wir sind 15 festangestellte Mitarbeiter, ein großes Netzwerk an freien, beratenden Experten. Ich habe das Unternehmen vor zehn Jahren mit meinem Partner Jannik Tremme gegründet und daraus sind einige Unternehmen mehr geworden, sodass die Company dahinter, die sich Markenkonstrukt nennt, eigentlich eine Unternehmensgruppe ist. Und was ich so leidenschaftlich gern vorantreibe in diesem Business, ist mein Podcast Markenrebell, in dem ich spannende Persönlichkeiten, so wie dich auch interviewere, zum Thema Markenführung in digitalen Zeiten. Ja, das ist gut. Ich wollte ja sonst fragen, womit verdienst du dein Geld? Aber du sagst, du arbeitest mit Unternehmen auch dabei, so ein bisschen rauszufinden, wer bin ich? Und wie stelle ich mich auf? Und ja, wir reden ja heutzutage über USP-Geschichten und wir reden darüber, wie positioniere ich mich. Machst du das nur mit großen Unternehmen oder kann auch so ein Einzelkämpfer wie ich zu dir kommen und sagen, Norm, ich brauche deine Hilfe? Also grundsätzlich darf mal jeder zu uns kommen und ich versuche dann auch immer zu helfen. Ich bin jetzt auch nicht so der, der da jedes Mal irgendwie so seinen Stundensatz wie ein Rechtsanwalt abrechnet, sondern wer so auch in meiner Community ist, gerade auch die Hörer vom Markenrebell, die können mir immer ihre Fragen stellen, zum Beispiel über die WhatsApp-Gruppe, die wir da haben und dann antworte ich darauf auch. Also unser Kernbusiness, um 15 Leute zu ernähren, brauchst du natürlich auch ein paar Kunden, die das finanziell mitstützen. Da sind wir öfter für Konzerne unterwegs, aber auch für kleine mittelständische Unternehmen, haben in der Vergangenheit zum Beispiel Audi, Süddeutsche Zeitung, TUI beraten, aber eben auch kleine mittelständische Unternehmen, wenn uns das Projekt Spaß macht. Also das ist der Luxus, den wir uns gönnen, dass wir uns einfach sagen, wir wollen am Ende des Tages entscheiden, ob wir das Projekt annehmen oder nicht. Und das, was wir im Speziellen da tun, man hört immer Positionierung und USP und Alleinstellungsmerkmal und dergleichen. Ich persönlich glaube, die Marke ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren in einem Unternehmen. Und ich glaube, dass gerade, wenn wir in eine digitale Zukunft sehen, dass die Menschen in den Unternehmen, die die Unternehmen lenken, die die Produkte entwickeln, Apple macht es perfekt vor, dass diese Menschen wichtig sind. Also, dass das Produkt per se natürlich auch interessant sein muss, einen Wert darstellen muss, einen Nutzen bringen muss, aber dass die Menschen, die das Produkt entworfen haben, entwickelt haben, dass die mindestens genauso wichtig sind, wenn nicht sogar wichtiger in Zukunft. Und genau das wollen wir in den Unternehmen unterstützen. Ja, das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz, denn ich gehöre zu den Menschen, die sagen, jeder Mensch, auch in einem Unternehmen als Angestellter, ist seine eigene Marke. Ja. Ja, und da einfach mal noch ein bisschen, ja, die Feinheiten rauszuarbeiten im Leben. Das ist, finde ich, sehr spannend, weil das bedeutet ja dann, in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung mal auf sich zu schauen. Und da komme ich natürlich auch zu meinem Thema dieses Podcasts. Wann hast du eigentlich bemerkt, dass Persönlichkeitsentwicklung für dich wichtig ist? Boah, schon sehr früh mit Dave Carnegie Büchern habe ich mich sehr früh auseinandergesetzt. Und für mich war das berufliche, aber auch private Vorankommen, also das berufliche wie private Wachsen, einfach immer eine Frage des Mindsets. Ich glaube, wir kommen immer mit so unterschiedlichem Selbstwert auf die Welt oder beziehungsweise auf die Welt kommen wir, glaube ich, mit dem seltenen Gensatz, aber wir sind natürlich dann auch beeinflusst durch unser Elternhaus, durch die Schule natürlich auch. Das heißt, je ausgeprägter dein Selbstwert im beruflichen Leben ist, desto leichter fällt es vielleicht dem einen oder anderen, sich dann natürlich auch selbst weiterzuentwickeln. Und wenn ich diesen Selbstwert eben nicht habe, dieses Selbstbewusstsein vielleicht nicht habe, dann habe ich vielleicht auch nicht so einen Zugang zu mir selbst und kann mich dann vielleicht auch nicht frei genug weiterentwickeln. Also für mich war das ganz früh schon ein Thema, meine Ziele zu verfolgen und vor allen Dingen Träume haben zu dürfen und diesen Träumen hinterher zu jagen und immer wieder kreativ zu sein. Und für mich ist immer so die wichtigste Frage nicht die Frage des Warum, sondern die Frage des Warum nicht. Also die geht für mich einfach noch mal ein bisschen tiefer. Warum kann ich mir nicht vorstellen, dass ich diesen Beruf, den ich leidenschaftlich gern machen wollen würde, warum kann ich mir das nicht vorstellen? Oder warum kann ich nicht Star-Anwalt werden, wenn ich das denn will? Also das ist für mich, glaube ich, so eine ganz zentrale Frage. Okay. Kannst du mir einfach noch mal so sagen oder uns, wenn wir uns und Zuhörern sagen, was du so alles gemacht hast in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, was du geklappt hat oder was mal für dich gar nicht geklappt hat? Boah, das ist natürlich eine Frage, da können wir jetzt hier in zwei Stunden sprechen. Mach es schwarz, mach es einfach. Sag es mal so, das ist eigentlich eine sehr schöne Frage, weil sie fordert den Geist, sich wirklich zu konzentrieren und zu reduzieren. Es gibt ja zwei Dinge, die uns im Leben dazu bewegen, Dinge zu verändern. Also wenn wir unzufrieden sind mit unserem Leben, dann verändern wir es, wenn wir einen entsprechenden Leidensdruck haben. Oder wir verändern etwas, wenn wir Begeisterung empfinden. Und Leidensdruck ist auch ganz schnell assoziiert mit dem Thema Angst. Und mir hat zum Beispiel geholfen in der Persönlichkeitsentwicklung der Satz, der kommt auch von Dale Carnegie, zu sagen, hey, was kann dir schlimmstenfalls passieren? So, und dann setzt du dich hin und dann überlegst dir, dann fühlst du so in deinen Bauch rein und überlegst dir, okay, was kann mir schlimmstenfalls passieren? Was macht mir jetzt diese Bauchschmerzen? Und dann überlegst du dir im zweiten Step, könntest du damit umgehen? Könntest du damit leben? Wenn das schief geht, wenn das Schlimmste eintrifft, was du dir jetzt ausmalst, könntest du damit leben? Und dann gibt mir das ein gutes Gefühl, wenn ich dann sage, ja, damit könnte ich leben. Es kostet nicht mein Leben, sondern ich könnte tatsächlich damit leben, wenn das schief geht. Und dann gehe ich ganz anders an die Sache ran. Also dann verliere ich jedwede Angst, die ich hätte, um zum Beispiel ein Projekt umzusetzen oder ich war mal in einer Situation, das war so mein erster Auftritt vor 500 Leuten in Mallorca. Da habe ich mich die Nacht auch zuvor gefragt, hey, was soll passieren? Könntest du damit leben, wenn du dich hier vor fremden Menschen blamierst? Und ich habe gesagt, ja, ich kenne die ja nicht. Und das Beste war an dieser Veranstaltung, dass auch noch in der ersten Reihe der Verantwortliche, der Unternehmenschef saß und ich wusste, der mag mich nicht. Ich weiß nicht, warum der mich auf die Bühne gelassen hat. Aber das sind so einfach Momente, sich diese Fragen zu stellen und einfach auch diese Gefühle, die man in dem Moment hat, vor allem diesen, das ist ja so ein ungutes Gefühl in der Markengegend, einfach anzuschauen, anzuschauen, Fragen zu stellen, die Antworten, die man immer selbst in sich trägt, nicht die Antworten im Außen suchen, also nicht die Frage nehmen und sagen, hey, was würdest du an meiner Stelle machen? Kann man natürlich machen, aber vielleicht im ersten Step erst mal so auf sich hören und die Antworten in sich selbst suchen. Das war eigentlich so das Thema Leidensdruck und Angst und Begeisterung. Einfach machen, also wirklich Vollgas geben, wenn du merkst, du hast eine Leidenschaft für etwas, tu es. Denk nicht lang drüber nach und überleg nicht lang und sag, hey, ich muss erst mal dieses ganze Wissen zusammen sammeln. Das ist auch so typisch deutsch, finde ich. Ja, stimmt. Typisch Ingenieur. Du musst erst mal, die Brücke, die du bauen möchtest, muss auf dem Reißbrett erst mal perfekt sein und das muss durch 25 Gremien und freigegeben sein. Und ich finde die aber, ist viel interessanter, vielleicht auch aus Fehlern zu lernen. Vielleicht ist ein Fehler bei einer Brücke jetzt keine so gute Idee. Aber ich meine, wie oft bauen wir Brücken in unserem täglichen Doing? Also ich glaube, viel schneller in die Umsetzung kommen und einfach an den Fehlern, wenn man sie denn so nennen möchte, wachsen. Das ist es eigentlich. Das ist spannend, denn in meinem Leben habe ich so zwei Seiten. Ich habe einmal die Seite, die sagt, ja, 80 Prozent sind schon fast 100 Prozent perfekt, kannst du also machen. Und die andere Seite ist da so und sagt, ja, da brauchst du noch Informationen, also nicht nur bei mir, in mir, sondern auch in meinem Bekannten und Freundeskreis. Und jedes Mal, wenn ich dann jemandem sage, ja, fang doch einfach an zu machen, dann höre ich nämlich ständig, ja, aber dann muss ich doch gucken hier nach Sicherheit, dann muss ich doch gucken nach, lohnt sich das überhaupt? Und da einen Mittelweg für sich zu finden, finde ich ganz schön schwierig. Aber auch da auf seinen Bauch zu hören und zu sagen, die Glut, die mir da empfacht, die zum Feuer werden zu lassen und zu sagen, okay, ich begeisterte mich dafür und da ist ja egal, ob das deine Arbeit ist oder dein Hobby, das dann wirklich mal anzufangen und mal zu tun, dass da umgeht man sehr schön auch diese Aufschieberitis, die ja wie ein Virus über Deutschland herrscht, habe ich manchmal den Eindruck. Kannst du mir mal sagen, was so für dich mal nicht geklappt hat? Och du, da kann ich allein gestern eine Story erzählen. Brandaktuell. Wird es auch eine eigene Podcast-Folge zu geben, weil ich habe mir gesagt, das muss ich konservieren, das muss unbedingt geteilt werden. Und zwar, stell dir vor, ich bin gestern auf dem Weg zu einem Vorstandsmeeting und ich sollte die Herren beraten mit einem Impulsvortrag, also relativ wichtig. Und ich bin unterwegs und ich wohne so schön in den Bergen im Odenwald auf so einer kleinen Ranch mit unseren Pferden, meiner Frau und meinem Sohn. und wenn ich da raus will, um irgendwie in die Zivilisation zu kommen auf einer Autobahn, dann fahre ich einfach eine halbe, dreiviertel Stunde und kurz vor der Autobahn gibt es eine Tankstelle, an der halte ich immer an. Und da gibt es eine nette Frau, die, sobald die mich sieht, packt die mir zwei Butterbrezeln in eine Tüte, sodass wir teilweise noch nicht mal einen ganzen vollständigen Satz wechseln, weil sie mir einfach nur die Tüte hinhält, ich ihr das Geld entgebe und dann fahre ich weiter. Und gestern musste ich auch noch tanken und stelle fest, als ich das Auto abgestellt habe, dass ich gar kein Geld dabei habe. Was mache ich? Ich gehe in die Tankstelle rein und sage der guten Frau, hey, ich habe kein Geld dabei, können wir irgendwie das per Rechnung machen? Kann ich das per Paypal bezahlen? Also ich habe mein Handy dabei gehabt, ich wusste meine Kreditkartendaten, man hätte Lastschriftverfahren machen können. Jede Form des Zahlungsverkehrs, außer die haptische, haptische, analoge Plastikkarte konnte ich anbieten. Und sie sagte, da muss ich kurz meinen Chef fragen, verschwand in ein Hinterzimmer und kam dann nach wenigen Minuten mit dem Chef im Schlepptau, so rum, wieder und der stellte sich vor mir hin, war Anfang 60, weiß nicht, ob er in seinem Leben schon mal gelacht hat, entsprechender Gesichtsausdruck und sagte zu mir und sah mich auch wirklich so in die Augen und sagte so, hey, kann ich nichts für Sie tun? Da habe ich gesagt, es muss dann eine Möglichkeit geben, dass ich hier weiterkomme. Ich kann ja nicht das Auto jetzt stehen lassen und laufen bis Stuttgart. Das wären 100 Kilometer gewesen. Und der erschüttelte nur den Kopf und sagte, gehen Sie bitte zu einer Bank und holen Sie sich Geld. Da habe ich gesagt, wie soll ich das machen? Ich brauche ja Sprit, ich muss ja irgendwie zu einer Bank fahren. Wir sind ja mitten in der Wallachei, da gibt es keine Bank ums Eck. Nein, da kann ich nichts für Sie tun. Da bin ich raus, hatte natürlich eine entsprechende Stimmung in mir und ich habe einfach, weißt du, kennst du das, wenn du diese Ohnmacht spürst, in so einer Situation bist, und dir wird einfach nicht geholfen, selbst wenn die Person könnte. Ich hätte meinen Personalausweis da lassen können, ich hätte ihm jedes Pfand angeboten, nur dass dieser Tank gefüllt wird und wir reden über, weiß ich nicht, 50 oder 40 Liter Sprit hätten ja gereicht für hin und zurück. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und habe gesagt, okay, erinnere dich, was verändert die innere Haltung von Menschen? Begeisterung und Leidensdruck. So, also was habe ich gemacht? Ich habe meinen Wagen angelassen, bin an die Zapfsäule und habe den Tank gefüllt, bin in die Tankstelle rein und habe mit diesem Chef nochmal kommen lassen, habe gesagt, so, jetzt habe ich das Auto getankt, können wir jetzt über Lösungen sprechen? Und siehe da, jetzt hatte er auch einen Leidensdruck, weil ich hatte 50 Liter seines kostbaren Benzins und ich konnte die Rechnung tatsächlich per Paywall bezahlen. Also zum einen ist es natürlich ein heißes Ding, wozu Menschen fähig sind, wenn sie selber Leidensdruck hat, weil im Grunde hätte man ja sagen können, hey, Diebstahl. Und auf der anderen Seite darf man sich auch immer vergegenwärtigen und klar machen, dass wenn ich ein Problem löse mit meiner Marke, mit meinem Unternehmen, mit meinen Produkten, dann muss ich auch immer ein Problem lösen, also einen Leidensdruck von den Menschen nehmen, also einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten und ganz nebenbei der Aufruf an alle da draußen, die das hören, hey Leute, helft einander. Also das kann nicht sein, dass einer liegen bleibt, nur weil der keine Plastikkarte dabei hat, um Tankfüllung zu bezahlen. Ja, also generell, also helfen finde ich ein sehr, sehr guter Aufruf. Aber es passt ja auch schon ein bisschen zu deinem Motto, dass ja auch die Überschrift dieses Interviews trägst, du wächst an den komplexen Dingen, wenn du sie einfach machst. Ich weiß tatsächlich nicht von mir, ob ich mich da an diese Tankstelle jetzt gesetzt hätte und gesagt hätte, okay, dann fülle ich einfach mal auf und gucke dann, was da passiert. Du, auf meiner Heckscheibe steht Markenrebell, also das steht da nicht ohne Grund. Ja, das ist... Also ich werde mich der Ohnmacht nicht ergeben. Ich bin ja bereit zu bezahlen, also ich brauche halt nur einen aufgeschlossenen Menschen auf der anderen Seite, der mir irgendwie eine Hand reicht, um aus dieser Situation rauszukommen. Also ich finde das einfach, es war auch wirklich tatsächlich eine Emotion, die sehr tief ging. Also wenn ich mir da vorstelle, es war jetzt nicht lebensbedrohend, aber diese Ohnmacht zu spüren und wie schlimm das für Menschen sein muss, denen diese Hilfe verweigert wird und wo es wirklich existenzbedrohend ist, das war einfach mal für mich wieder so ein Reminder, wirklich an das Helfen zu appellieren. Und deswegen muss es da eine Markenrebell-Podcast-Folge geben. Das sehe ich auch so. Ja, ansonsten gibt es natürlich immer wieder im Leben irgendwelche Fails oder irgendwelche Dinge, an denen man wächst und an denen man lernt. Und ich denke, du lernst besonders an den Dingen, die dich halt einfach emotional berühren. Das sind die wertvollsten Abkürzungen im Leben oder die wertvollsten Learnings im Leben, die wir machen. Ja, jetzt hast du ja schon fast meine nächste Frage tatsächlich beantwortet. An sich wollte ich dich fragen, ob sich dein Leben durch Persönlichkeitsentwicklung positiv verändert hat. Und ich befürchte, die Antwort kennen wir jetzt alle. Ich glaube, ja, ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung müsste ein Schulfach sein. Ich glaube, das, was unsere Kinder lernen, wie die, weiß ich nicht, Tiergattungen, also ist alles wichtig, sicher. Aber was ich nicht verstehe, ist, in der Persönlichkeitsentwicklung geht es ja auch im Wesentlichen darum, dass ich mich mit mir selbst verstehe, dass ich mich mit mir selbst auseinandersetze und es führt zwangsläufig dazu, dass ich auch besser mit anderen Menschen umgehen kann. Also wenn ich verstanden habe, wie komplex ich als Individuum bin mit meinen Eigenschaften, mit meinen positiven wie negativen Eigenschaften, dann kann ich mir auch ganz schnell vorstellen, dass mein Gegenüber vielleicht die ähnliche Themen hat. Und ich finde, es ist, also ich habe noch keinen Menschen erlebt, der gesagt hat, ich habe mich mit meiner Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt oder was ich noch viel schöner finde, den Begriff der Potenzialentfaltung beschäftigt und das ging nach hinten los. Also das habe ich noch nicht erlebt. Das ist spannend, denn ich frage sehr regelmäßig in meinen Interviews, ob es, als du an deiner Persönlichkeitsentwicklung oder deiner Weiterentwicklung, Wachstum, wie man auch immer das auch noch sagen möchte, gearbeitet hast, ob es Rückschläge gab. Immer. Ja, ganz klar. Es ist einfach, the real life ist ja nicht der Graph, der Potenzial oder Exponential wächst. Das ist es ja nicht, sondern das Leben ist immer ein Auf und Ab. Und wenn man in der Lage ist, die Talsohlen auszuhalten, und darum geht es ja im Leben, die sind vielleicht bei dem einen tiefer und bei dem anderen ein bisschen flacher, aber wir haben die alle. Also es ist immer so eine Wellenbewegung. Also man kann sich auf das Leben auch ein Stück weit verlassen, dass es immer wieder bergauf gehen wird. Und schön ist dann im Review zu sehen, also wirklich im Rückblick zu erkennen und zu sagen, warum war das jetzt bitte notwendig? Das sehen wir ja in der Gegenwart oftmals nicht, weil wir einfach zu tief drinstecken. Aber wenn wir genug Abstand zu dieser Situation, zu diesem Lebensabschnitt haben, werden wir verstehen, wow, krass, das war tatsächlich notwendig, damit ich mich überhaupt weiterentwickeln konnte, damit ich wachsen konnte. Also diese Rückschläge gehören einfach dazu. Ich brauche diese Rückschläge im Leben, um einfach auf diesen Wellen zu surfen. Ja, auf den Wellen surfen, schönes Bild. Ich liebe ja das Meer und das Wasser und das ist so mein Kraftort und ich schaue auch gerne Surfern zu und habe früher mal auch selber gesurft. Da kenne ich das auch, das hat ja auch nicht immer geklappt. Sonst hat man auch mal ziemlich im Wasser gelegen. Aber da hatte ich jemanden damals, der mir auch immer wieder gesagt hat, guck mal Jan, wenn du deine Haltung veränderst auf dem Brett, dann wirst du die nächste Welle besser nehmen können oder auf ihr reiten können. Und da ist für mich mal die Frage, gab es jemanden, der dir geholfen hat bei deiner Entwicklung, einen Mentor? Oh ja, ganz viele. Also es gab jetzt nicht so den einen Mentor, der mich so mein Leben begleitet hat, sondern ich habe mir einfach Persönlichkeiten gesucht. Also angefangen natürlich auch in meiner Familie. Also meine Frau ist genauso mein Mentor wie meine Eltern beispielsweise. Oder ich hatte auch beruflich einen Mentor, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe. Und ich glaube, umgebe dich mit den Leuten, die dort sind, wo du hin möchtest. Das ist im Grunde der Schlüssel. Und frage einfach die Leute, die vielleicht das schon erreicht haben, was du erreichen möchtest. Und dann, dir wird zwar nicht der Weg abgenommen, um dort hinzukommen, aber du hast wirklich einen guten Begleiter an deiner Seite, der dir hilft, die Hindernisse, die sich zwangsläufig ergeben, besser zu überwinden. Also ich glaube, es ist ein Irrglaube zu denken, wenn ich mich jetzt mit diesem Guru beschäftige, dann ist es die Abkürzung und der hat dafür zehn Jahre gebraucht und ich schaffe das in einem. Es geht mit Sicherheit schneller, aber ich glaube, man muss den Weg so oder so gehen. Die Frage ist, wen hat man an seiner Seite auf diesem Weg? Ja, es ist eine spannende Geschichte, denn den Weg gehen heißt ja auch erst mal selber tun. Und es gibt ja ganz viele Menschen, auch mit denen ich mich unterhalte, die sagen, ja, also wenn ich meinen Geist ausrichte auf ein Ziel, dann kommt das schon zu mir. Und ich stehe dann jedes Mal und sage, ja, an sich solltest du dann auch mal tun. Also nicht nur ausrichten, sondern auch machen. Und es gibt tatsächlich ganz viele Menschen, die das erst mal nicht verstehen, gerade bei mir auch in den Coachings, die sagen, ja, aber das reicht doch, wenn ich nur das Mindset ändere. Und das weiß ich nicht. Also bin ich meistens nicht ganz so begeistert davon. Also ich glaube, das Mindset ist der Schlüssel, um überhaupt ins Handeln zu kommen. Genau. Also das ist quasi der Ursprung, dass ich sagen muss, okay, und mit Mindset meine ich nicht positives Denken. Also da gibt es für mich so eine Verwechslungsgefahr. Man kann sich sein Leben auch schönreden, sondern es muss intrinsisch sein und es muss vor allem absolut glaubwürdig sein. Also wenn ich sage, der Tag ist schön, der Tag ist schön, der Tag ist schön und mein Unterbewusstsein sagt, was für ein Scheißtag. Dann ist was für ein Scheißtag tatsächlich das, was in mir drin steckt. Egal, was mein Bewusstsein versucht, mir einzureden. Aber wenn ich dann dort reingehe und das analysiere und sage, okay, was kann ich tun, damit dieser Tag ein schöner Tag wird? Dann komme ich automatisch ins Handeln und dann werde ich all meine Energie da reinsetzen, dass das ein toller Tag wird. Stimmt. Da bin ich komplett bei dir. Da kann ich auch gar nicht mehr viel zu sagen. Als du dich angefangen hast, mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, für dich zu wachsen, wobei hat dir dieses Wachstum als Unternehmer am meisten geholfen? Sagen wir es mal so, wenn ich über Marken spreche, dann spreche ich über einen Markenkern. Und um diesen Kern kann man sich wie eine Zwiebel vorstellen. Es gibt so verschiedene Hautschichten. Und diese Hautschichten ergeben sich so im Laufe des Lebens. So eine Hautschicht ist zum Beispiel auch das Image oder der gute Ruf oder der Name und alles, was so die Marke ausmacht. Aber im Kern sind die Werte einer Marke manifestiert und diese Werte, die kann ich mir selbst geben. Also die legt da keiner rein. Du kriegst natürlich was mit aus deiner Kindheit, aus deinem Elternhaus, aus deiner ganzen Erziehung und Schulbildung. Aber du kommst natürlich irgendwann an den Punkt, wo du sagen kannst, hey, und jetzt kann ich selber festlegen, welche Werte, für welche Werte möchte ich als Marke wahrgenommen werden. Und dieser Kern, kann man sich vorstellen, ist wie ein Magnet. Und wenn du diesen Magneten durch Persönlichkeitsentwicklung immer wieder trainierst, deine Werte hinterfragst und sagst, okay, will ich immer noch dafür stehen oder möchte ich mich weiterentwickeln und einen Wert austauschen oder einen Wert ergänzen, dann wird dieser Magnet dafür sorgen, dass du die Kunden anziehst, die dir gut tun und zu deinen Werten passen. Also wenn du mit Persönlichkeitsentwicklung anfängst, dich zu beschäftigen und dich als Marke verstehst, dann wird es zwangsläufig dazu führen, dass du wegkommst von der Idee, ich muss für diesen Kunden arbeiten, weil der hat das nötige Budget, damit ich reich werde. Sondern hin zu der Idee zu sagen, was wäre dein Lieblingskunde, weil er zu deinen Werten passt. Also wenn ich zum Beispiel sage, mir sind Menschen wichtig, die absolut authentisch sind, die offen sind, die auch in der Lage sind, ihre Emotionen auszudrücken, dann werde ich halt einen Wunschkunden haben, der, wenn ich ihm seine neue Marke präsentiere, mir um den Hals fällt und mir seine Emotionen zeigt, weil er einfach die Präsentation so Gänsehaut mäßig fand, dass er unbedingt weitermachen möchte mit mir. Und das ganze Thema Geld, wir verbinden ja Erfolg und Beruf immer mit Geld verdienen und so weiter, das kommt vollautomatisch. Also deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung für mich auch so der Kern und der Schlüssel, um langfristig erfolgreich zu sein. Weil ganz ehrlich, Geld zu verdienen ist keine Kunst. Das kann ich jedem sofort zeigen, wie er 100.000 Euro im Jahr verdienen kann. Das ist keine Kunst. Das ist am Ende nur die Frage, bist du bereit, Leid zu ertragen? Also viele Menschen, die sehr erfolgreich jetzt nicht durch ein Erbe geworden sind und das sind die wenigsten Millionäre, sondern die wirklich viel Geld verdient haben, die haben halt auch einen Leidensweg hinter sich. Die Frage ist immer nur, inwieweit bin ich bereit, diesen Leidensweg tatsächlich zu gehen? Bin ich bereit, 80 Stunden in der Woche zu arbeiten? Bin ich bereit, meine Beziehung aufs Spiel zu setzen? Bin ich bereit, meine Gesundheit aufs Spiel zu setzen? Aber das ist ja nicht erstrebenswert, sondern die Fülle oder die Erfüllung im Leben liegt ja in dem, dass ich das tun kann, was mich begeistert, was mich nicht umbringt, was nicht meine Gesundheit schadet und dass ich natürlich auch in meiner Arbeit mit meinen Lieblingskunden zu tun haben möchte. Ja, ich finde das toll. Ich kann heute so gut wie alles unterschreiben, was du so sagst. Nun, wenn du Entscheidungen triffst, wie machst du das und warum? Boah, da bin ich sehr schnell. Also ich bin ein sehr impulsiver Entscheider aus dem Bauch raus. Also wenn ich merke, dass mir was nicht gut tut oder dass ich da auch nur irgendwie einen Zweifel in mir spüre, dann mache ich es auch nicht. Also ich bin dann sehr, höre da sehr auf meine Intuition, bin sehr so ein Bauchmensch. Die Ratio schaltet sich dann im Nachhinein ein und ich verbinde dann auch die Fehlschläge, die man zwangsläufig damit hat, wenn man aus dem Bauch raus entscheidet, dann einfach auch als meine Learnings. Also ich bin nicht der Plus-Minus-Listen-Mensch und ich bin auch keiner, der Entscheidungen lang rauszögert, sondern für mich muss eine Entscheidung schnell sein, weil nur dann kannst du auch was bewegen aus meiner Perspektive. Also ich habe immer wieder so in meinem Leben mit Menschen zu tun gehabt, die sich irre schwer getan haben, Selbstentscheidungen zu finden oder die immer andere fragen, wie würdest du das machen? Das mag ein hilfreiches Tool sein, aber A, kann dir die Entscheidung keiner abnehmen. Wenn es schief geht, kannst du die Schuld niemandem anders geben als dir selbst. Und was dann auch passiert, du bist halt wieder im Außen in deiner Kommunikation. Du versuchst wieder jemanden zu fragen, was würdest du machen, anstatt mal wirklich so in dich, tief in dich hineinzugehen und zu sagen, wie würde ich mich denn mit der Entscheidung A oder mit der Entscheidung B fühlen? Also ich beschäftige mich ja gerade mit der Digitalisierung und mit diesem ganzen neumodischen Teufelszeug und appelliere aber auch immer wieder so an die Menschlichkeit. Neben dieser ganzen Robotik und dieser ganzen vollautomatisierten Welt ist es so extrem wichtig, so uns in uns den Menschen zu erkennen und wieder so in uns auch die Intuition wieder zu spüren und zu sagen, hey, alle Antworten, die du brauchst auf deine Fragen sind bereits in dir. Es ist nur die Frage wirklich, wie schaffst du es, sie freizulegen? Das waren starke Worte. Ich denke nämlich, seitdem ich dich kenne übrigens, denke ich sehr stark drüber nach, über Digitalisierung und analoger Welt und habe so ein bisschen beobachtet, dass viele Menschen vor Digitalisierung ja wirklich Angst haben und den Weg in dieses analoge Leben wieder ganz stark suchen und vergessen dann dabei, dass die Zeit vorangeht und wir mit der Digitalisierung ja uns leben müssen oder sollten und uns dafür interessieren sollten. Meine Mutter hat jetzt ein Smartphone und hat es Gott sei Dank von einer Marke gekauft, wo ich mich nicht auskenne. Das heißt, ich bin da kein Partner. Aber ich kann das so gut verstehen. Ich kann es wirklich so gut verstehen. Ich versuche, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um in meiner Freizeit so analog wie möglich zu sein. Also ich bin in meinem Business voll automatisiert, auf Effizienz getrimmt. Also so ein 5-Stunden-Tag ist, als hätte ich 10 gearbeitet. So effizient versuche ich das zu gestalten. Aber in meiner Freizeit, weißt du, wir haben hier mit Pferden zu tun. Das ist so ursprünglich. Ich liebe es, am Lagerfeuer zu sitzen. Ich liebe es, hier in der Natur unterwegs zu sein. Und ich glaube, das, was du auch gerade gesagt hast, ist eigentlich der beste Tipp. Man darf sich dafür interessieren, weil es einfach nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft sein wird. Es ist kein Trend, der verschwindet. Auch wenn der Begriff Digitalisierung total überstrapaziert ist und auch so ein bisschen auf die Nerven geht, weil es in jedem Medium, in jedem Zeitungsartikel hoch und runter diskutiert wird. Aber ich glaube, die Veränderung, die wir jetzt vielleicht nicht so präzise und konkret sehen, weil wir mittendrin sind wieder, ist ja oft so, dass wenn die Adlerperspektive nicht gegeben ist, dann erkennen wir gar nicht, worin wir uns eigentlich befinden. Und wir sind schon mitten in diesem Change-Prozess. Also eine Oxford-Studie sagt, im Laufe der nächsten 25 Jahre werden wir 47 Prozent der heutigen Arbeitsstellen verlieren. Und wir können uns an allen fünf Fingern abzählen, dass diese Stellen nicht durch neue Jobs vollständig ersetzt werden. Also es wird in allen politisch, wirtschaftlich oder sozialen Veränderungen geben müssen. Und wir werden das alle miterleben. Alle. Es wird nicht zehn Jahre dauern, sondern wir werden in den nächsten drei bis fünf Jahren schon deutlich spüren, dass sich diese Veränderungen einstellen werden. Das merkt man ja jetzt schon. Aber gleichzeitig auch was in die andere Waagschale zu packen. Deswegen habe ich vorhin über Menschlichkeit, also neben dieser ganzen Technik, auch die Menschlichkeit nicht zu vergessen. Deswegen kann jeder in seiner Freizeit so viel analog sein, wie er sein kann. Also ich wünsche es nur jedem. Ja, ich tue das auch. Also ich gehe zum Beispiel sehr gerne segeln. Ja, perfekt. Da bist du sehr analog. Vor allen Dingen, wenn du dann wirklich unter Segeln segelst und der Motor aus ist. Und das erdet mich komischerweise auf dem Wasser, aber ich glaube, jeder findet so seinen Ort. Norm, meine letzte Frage an dich. Hast du noch einen Impuls für die Zuhörer? Ich habe viele. Die Frage ist, welcher ist der wertvollste? Ja, also der Impuls ist, glaube ich, dass jeder deiner Zuhörer sich als Marke verstehen darf. Und Marke heißt, er oder sie ist als Individuum was ganz Besonderes und einzigartig, bringt Talente und Fähigkeiten, Eigenschaften mit, die kein anderer Mensch in dieser Kombination und dieser Ausprägung mitbringt. Und ich meine, so ganz ohne Beruf geht es halt nicht. Irgendwie müssen wir ja alle diesem System dienen und essen. Aber ich glaube, wenn man so sein eigenes Potenzial entdeckt hat und es versteht, daraus wirklich eine Marke zu bauen. Vielleicht mal ein Beispiel. Ich glaube nicht, dass wir in zehn Jahren in den großen Unternehmen noch über Angestellte sprechen, sondern wir werden alle als freie Kreative unterwegs sein und uns Projekten oder Startups anschließen, um gemeinsam an Unternehmen zu bauen, an Projekten zu entwickeln, um Dinge umzusetzen und bringen dann unsere Fähigkeit mit. Und je klarer das Bild meiner Persönlichkeit, meiner Marke ist und der Fähigkeiten, die ich mitbringe, desto eher werde ich natürlich in solche Projekte involviert werden. Also das ist so das Thema New Work in der Zukunft für mich. Aber man muss heute schon an seiner Sichtbarkeit anfangen. Also Sichtbarkeit meine ich, baut einen Blog, macht einen YouTube-Channel, macht einen Podcast. Schreibt ein Buch, arbeitet an eurer Reputation, sorgt dafür, dass ihr eine digitale Wahrnehmung habt, einen digitalen Fußabdruck habt, dass wenn jemand einen Begriff bei Google eingibt, der mit euch in Verbindung gebracht werden kann, dass er euch auch findet. Also das finde ich extrem wichtig, wenn man beruflich langfristig erfolgreich sein möchte. Ja, da danke ich dir für deine Worte. Sehr gerne. Und ich danke dir für dieses tolle Interview heute. Ich werde in den Shownotes selbstverständlich deinen Markenrebell-Podcast nochmal verlinken. Vielen Dank. Und ja, jetzt gestehe ich mal, es war so spannend, und das jetzt zuzuhören, ich habe tatsächlich meinen Kaffee ausgetrunken, da war ich ja gar nicht in die letzten Schlumpf nehmen. Den nehme ich für dich. Das ist super. Deswegen bleibt mir jetzt einfach nur noch zu sagen, ja, danke für das Interview. Und ja, ihr Lieben da draußen, das war Norm Glaser. und ich wünsche euch heute an dem Mittwoch, wo das Interview rauskommt, noch einen ganz, ganz, ganz tollen Tag oder auch den Tag, wenn ihr das Interview hört. Und wir hören uns dann wieder Freitag. Danke, Jan. Gerne, Norm. Bis dann, der Jan. Bis dann. Tschüss.